Lernraum Moodle – Wie man eine Aufgabe erstellt Möchte ich für meine Studierenden eine Aufgabe vorbereiten, in der sie einen Text oder eine Datei hochladen sollen, nutze ich am besten die Aktivität Aufgabe. Dafür gehe ich im Bearbeitungsmodus in den Abschnitt, in dem die Aufgabe hinzugefügt werden soll und dort klicke ich auf Aktivität oder Material anlegen und wähle Aufgabe aus. Ich komme direkt in den Erstellungsdialog, vergebe einen Namen und optional eine Beschreibung. Wichtig, die Beschreibung ist eigentlich immer sichtbar, es sei denn, ich verberge die Aufgabe oder ich stelle ein Datum bei Verfügbarkeit ein und entferne den Haken Beschreibung immer anzeigen. Anders ist das beim Feld Aktivitätsanleitung. Hier könnte ich zusätzlich oder alternativ eine Anleitung schreiben. Die Besonderheit daran, diese Aktivitätsanleitung wird erst angezeigt, wenn die Studierenden auf Abgabe hinzufügen klicken, also der Abgabeprozess beginnt. Ich könnte auch zusätzliche Dateien hochladen, zum Beispiel einen vorbereiteten Klausurbogen. Mit dem Haken Dateien nur während der Abgabe anzeigen kann man dann noch bewirken, dass die Dateien erst dann angezeigt werden, wenn die Studierenden Abgabe hinzufügen angewählt haben. Genauso wie beim Vergeben einer Aktivitätsanleitung macht diese Funktion also zum Beispiel dann Sinn, wenn man die Aufgabe zeitkritisch konzipiert, also zum Beispiel als Klausur. In dem Fall brauche ich das nicht, denn die Studierenden sollen die Aufgabenbeschreibung ruhig von Beginn an sehen können. Was ich aber schon möchte, ist eine Verfügbarkeit einstellen. Der Abgabebeginn ist das Datum, ab dem der Abgabebutton für die Studierenden überhaupt erst sichtbar ist. Vor diesem Datum können Sie also nichts hochladen, aber die Beschreibung sehen. Das Fälligkeitsdatum setze ich, um eine Abgabefrist einzustellen. Wenn einzelne Studierende dann nach dem Fälligkeitsdatum abgeben, ist das zwar noch möglich, die Abgabe wird allerdings als verspätet gekennzeichnet. Mit der letzten Abgabemöglichkeit kann man zusätzlich erreichen, dass die Abgabe nach dem Datum auch nicht mehr möglich ist. Der Abgabebutton verschwindet also. Unter Abgabetypen kann ich dann entscheiden, was die Studierenden eigentlich abgeben sollen. Normalerweise ist das die Dateiabgabe. Hier kann man dann noch die Anzahl hochladbarer Dateien einstellen, die maximale Dateigröße und optional den Dateityp einschränken, zum Beispiel als PDF. Das stelle ich auch so ein. Alternativ zur Dateiabgabe oder zusätzlich könnte ich eine Texteingabe online ankreuzen, wahlweise mit Wortbegrenzung, was ich jetzt aber nicht brauche. Die Mahara-Abgabe stelle ich nur ein, wenn ich mit meinen Studierenden im E-Portfoliosystem Mahara arbeite und sie ihr Portfolio einreichen sollen. Unter Feedbacktypen wähle ich aus, wie ich die Aufgabe später korrigieren möchte. Das kann ich übrigens auch später jederzeit noch ändern, sollte ich es hier vergessen haben. Standard ist Feedback als Kommentar und Feedback-Dateien. Zur Korrektur kann man also einen Kommentar eintippen und oder eine oder mehrere Feedback-Dateien hochladen. Wenn die Studierenden PDFs abgeben sollen, dann ist es ganz hilfreich, die Funktion Anmerkungen im PDF auszuwählen, da man dann in den Abgaben direkt korrigieren kann. Das mache ich jetzt auch. Bei den Abgabeeinstellungen kann ich konfigurieren, ob Studierende zusätzlich eine Abgabetaste drücken müssen, ob sie eine systemweit vorgegebene Eigenständigkeitserklärung bestätigen müssen oder ob zusätzliche Versuche erlaubt werden. Bei Bewertung kann ich den Bewertungstyp auswählen. Der Standard ist die Vergabe von Punkten, man kann aber auch auf eine Skala wechseln. Die muss man dann aber noch definieren oder aus vorhandenen Skalen auswählen. Die Bewertungsmethode ist standardmäßig die einfache direkte Bewertung, das heißt es werden pro Aufgabe pauschal Punkte vergeben. Normalerweise sind das maximal 100 Punkte im Falle der Aufgabe, das kann man aber ändern. Alternativ gibt es die Bewertungsrichtlinie oder die Rubrik, die jeweils angelegt werden können, um anhand von Einzelkriterien differenziertere Bewertungen zu vergeben. Auch hier lasse ich den Standard so stehen, wie er ist. Eine Bestehensgrenze kann ich optional einstellen, das wirkt sich dann zum Beispiel auf einen gesetzten Aktivitätsabschluss aus, wenn ich die Bestehensgrenze hier mit einbeziehe und auch in meiner Liste als Bewerterin sehe ich auf einen Blick, welche Studierenden nicht bestanden haben. Zum Schluss kann ich noch einen Aktivitätsabschluss setzen. Das ist ganz nützlich, wenn ich möchte, dass die Studierenden auf der Kursseite oder zum Beispiel in einem Fortschrittsbalken für sich sehen können, dass sie die Aktivität geschafft haben. Wenn alles fertig konfiguriert ist, speichere ich die Aufgabe. Die Studierenden können sie dann im Kurs sofort sehen. Sie machen im vorgesehenen Zeitraum ihre Abgabe und können diese auch noch bearbeiten. Wenn die Frist um ist, mache ich mich an die Bewertung der Abgaben. Hierfür gibt es zwei Wege. Entweder ich gehe über alle Abgaben anzeigen und sehe alle eingereichten Abgaben in einer Tabelle. Über Bewerten bewerte ich die Abgaben dann oder ich klicke bereits hier den Button bewerten und gehe die Einreichungen nacheinander durch. Ich hatte ja die Option Anmerkungen im PDF angehakt und kann nun über die Menüleiste verschiedene Optionen direkt in der Abgabe annotieren. Zum Beispiel etwas unterstreichen, Kommentare eintragen oder freihandschreiben. Hierfür nehme ich natürlich am besten ein Tablet. Hier rechts trage ich die Bewertung ein. Ich hatte mich ja für die Punkte entschieden, gebe gegebenenfalls noch ein Feedback in die Kommentarspalte und speichere dann das Ganze und navigiere zur nächsten Abgabe oder gehe eben zurück zur Aufgabe oder zum Kurs. Ist die Aufgabe bewertet, sieht die Studentin, gemacht hat, dass sobald sie auf die Aufgabe klickt. Hier steht dann bewertet und sie sieht die Punkte und meinen Kommentar und kann das Dokument mit den Annotationen öffnen. Wenn ich möchte, dass die Studierenden die Bewertungen erst sehen, wenn alle Abgaben bewertet wurden, kann ich zum Beispiel den Bewertungsworkflow nutzen, den ich in den Einstellungen rechtzeitig vor Beginn der Bewertung aktivieren muss. Dann werden die Bewertungen erst sichtbar, wenn ich den Status des Bewertungsworkflows auf freigegeben setze. Dasse Nächste verende z Kot appartieren kann die Bewertungen zumindest nicht zusammen crucchigstammtes, dass es nicht, was das ajuda vapen ist. Für mich freigegeben ist das Wort, wenn ich schon fene auf die burebüten das Bewertung